Chrissy Teigen, 32, und ihr Ehemann John Legend, 39, erwarten derzeit ihr zweites Kind, und Teigen sucht bereits fleißig nach einem Namen für das Baby. Das gestaltet sich allerdings schwierig, zumal das Model offenbar das Geschlecht noch nicht kennt. Herrgott nochmal, mein Baby wird keinen Namen haben, twittert sie. Auf der Suche nach Namen, die sowohl für ein Mädchen als auch einen Jungen passend wären, stieß sie auf Perlen wie Espen, Basil, Berry oder Cedar. Nach einem weiteren Blick auf die Liste schien Teigen eine Eingebung zu haben und verkündete scherzhaft, Planänderung. Der Name ist Blaise Legend. Ihre erste Tochter trägt übrigens den simplen aber schönen Namen Luna. Spot on News Der Name ist Blaise Legend.